Mit einer 10-fach verstellbaren physischen Kamerablende und Platz 1 im renommierten DxOMark-Kamera-Ranking möchte das Huawei Mate 50 Pro die Konkurrenz in Sachen Smartphone-Fotografie in die Schrank weisen. Doch wie gut ist die Quad-Kamera wirklich? In diesem Video möchte ich detailliert auf die Foto- und Videofunktionen des Mate eingehen und dir die Kamera etwas näher bringen. Let's go! Bevor wir zu den Kameraaufnahmen des Mate 50 Pro kommen, wollen wir uns noch kurz das Kamera-Setup anschauen. Verbaut ist eine Quad-Kamera mit einer 13 Megapixel Ultraweitwinkellinse, einem riesigen 50 Megapixel Hauptsensor mit einer physisch 10-fach verstellbaren Blende, einer 64 Megapixel 3,5-fach Periscope-Soon-Linse und einem Time-of-Light-Sensor für Objekterkennung. Die Kamera-App ist übersichtlich und selbsterklärend gestaltet. Es gibt alle Standard-Modi wie Foto, Video, Portrait, Nacht und Pro. Außerdem gibt es noch zahlreiche Extra-Modi wie Monochrom, Panorama, Zeitlupe und so weiter. Hier kann man sich richtig austoben. Doch starten wir nun mit dem normalen Foto-Modus und der Qualität der Ultraweitwinkelkamera. Der 13 Megapixel-Sensor liefert tolle Ergebnisse mit einem großen Abbildungsbereich von 120 Grad. Dadurch passt sehr viel auf das Bild. Die Aufnahmen zeichnen sich vor allem durch eine hohe Schärfe, natürliche, lebhafte Farben und eine sehr gute Dynamik aus. Helle Bereiche wie der Himmel und dunkle Bereiche wie Schatten werden ausreichend belichtet, was zu tollen Fotos führt. Die Aufnahmen des 13 Megapixel-Sensors können sich wirklich sehen lassen und spielen ganz oben mit. Die Linse hat aber noch ein Ass im Ärmel. Mit dem Autofokus wird ein Makromodus realisiert, mit dem man ganz nah an Objekte rangehen kann. Die Aufnahmen, die dabei entstehen, sehen ebenfalls klasse aus. So scharfe und detaillierte Makrofotos habe ich bei einem Smartphone noch nie gesehen. Dadurch lädt der Makromodus zum Experimentieren ein und hat mir sehr viel Spaß bereitet. Die Hauptkamera ist ebenfalls spitze. Der riesige 50 Megapixel-Sensor basiert auf der RYYB-Technologie, wodurch mehr Licht eingefangen wird. Zusammen mit dem Pixel-Binning, welches 4 Pixel zu einem zusammenfasst, werden Fotos in 12,5 Megapixel gespeichert, wodurch sich ebenfalls die Lichtempfindlichkeit erhöht. Das Highlight ist dabei die echte physisch verstellbare Blende. Sie wird im normalen Fotomodus automatisch an die passende Lichtsituation angepasst, kann im Blenden- und Pro-Modus aber auch manuell von f1.4 bis f4.0 verändert werden. Dadurch kann man das Bokeh, also die Hintergrundschärfe, beeinflussen. Bei diesen Bildserien habe ich die Blende schrittweise geöffnet. Man sieht klar, wie der Hintergrund immer unschärfer wird und bei Blende f1.4 ein schönes, natürliches Bokeh kreiert. Für eine Smartphone-Kamera ist das beeindruckend. Natürlich kann man diesen Effekt auch softwareseitig emulieren. Die Ergebnisse sehen auch toll aus, wenngleich man im direkten Vergleich sehen kann, dass es schon etwas künstlich aussieht. Im normalen Fotobetrieb liefert die Hauptkamera tolle Ergebnisse. Bilder werden detailliert, besitzen echte Farben und haben eine sehr gute dynamische Reichweite. Hier merkt man Huawei die Expertise, die sie über die Jahre angesammelt haben, einfacher an. Man kann natürlich auch mit den vollen 50 Megapixel Fotos aufnehmen, dann werden Bilder noch detaillierter und man kann stärker ohne Qualitätsverlust reinzoomen. Die Dateigröße steigt dadurch aber auf 15 bis 20 Megabyte an. Wenn man weiß, dass man Fotos in maximaler Qualität ausdrucken möchte, ist dies jedoch eine gute Option. Der Hauptsensor des Mate 50 Pro kann also überzeugen und liefert erstklassige Ergebnisse. Die 64 Megapixel Periscope Linse des Mate ermöglicht einen 3,5-fach optischen und 10-fach hybriden Zoom. Aufnahmen werden durch Pixelbinding in 16 Megapixel abgespeichert. Dadurch erhöht sich die Lichtempfindlichkeit. Die Zoom-Aufnahmen haben mir auch sehr gut gefallen. Dank der 3,5-fach optischen Vergrößerung kann man weit entfernte Objekte einfach ranholen. Die Stabilisierung klappt auch sehr gut. Das ist gerade bei Zoom-Aufnahmen wichtig, da kleine Bewegungen schnell den ganzen Bildausschnitt verändern können. Die Aufnahmen selbst sind spitze, weil sie scharf sind und viele Details bieten. Die Farben sind auch sehr natürlich und gut auf die beiden anderen Kameralinsen abgestimmt. Mit der großen Brennweite lassen sich tolle Ergebnisse erzielen. Bemerkenswert ist dabei der 10-fach Hybrid Zoom. Ein Qualitätsunterschied ist kaum zu bemerken und mit einer so großen Zoom-Stufe kann man nochmal weit entferntere Objekte einfangen. Digital lässt sich der Zoom sogar bis zu 100-fach hochschrauben. Die Qualität nimmt dann natürlich ab, aber weniger als gedacht. Aufnahmen mit 30-fach und teilweise 100-fach sind noch zu gebrauchen und lassen erkennen, was man fotografiert hat. Die Zoom-Aufnahmen kompletieren das starke Kamera-Setup und zeigen, dass das Mate 50 Pro in der Tat eine der besten Smartphone-Kameras besitzt. Videoaufnahmen kann das Mate mit bis zu 4K60 aufnehmen. Diese Aufnahmen sind in 4K30 entstanden und hier kann man deutlich sehen, dass auch die Videoqualität hervorragend ist. Die Farben wirken natürlich, die Stabilisierung ist angenehm und auch die Schärfe ist beachtlich. Helle und dunkle Bereiche werden ausreichend belichtet. Die Dynamik ist im Videomodus also auch sehr hoch. Sprechen wir nun über Nachtaufnahmen. Die Ultraweitwinkellinse macht bei Nacht qualitativ etwas schlechtere Fotos. Das war zu erwarten, dennoch kann man mit eingeschaltetem Nachtmodus noch gute Ergebnisse erzielen. Das Auslösen dauert dann ca. 3 Sekunden. Dadurch wird das Bild länger belichtet und Aufnahmen werden heller und schärfer. Der 50 Megapixel Hauptsensor hat mit Dunkelheit aber keine Probleme. Im Gegenteil. Dank der großen Blende von f1.4, dem RYYB-Sensor und dem Pixelbinding ist die Kamera sehr lichtempfindlich und liefert selbst ohne Nachtmodus schon starke Resultate. Um das letzte Quäntchen an Qualität rauszuholen, empfehle ich jedoch auch hier den Nachtmodus zu aktivieren. Dann löst die Kamera wieder ca. 3 Sekunden aus. Die Ergebnisse sind es aber wert. Fotos werden extrem rauscharm und detailliert. Auch die Helligkeit wird angepasst, dass man noch viele Details erkennen kann. Die Ergebnisse sind spitze und gehören zu den allerbesten. Portraitaufnahmen bei Nacht wirken sehr schön und haben dank der Softwareunterstützung einen tollen professionellen Look. Nur bei Zoomaufnahmen in der Nacht zeigt die Kamera das erste Mal, dass auch sie an die Grenzen der Physik stößt. Durch die kleine Blende von f3.5 kann der 3,5-fache Zoom einfach nicht genug Licht einfangen, um konstant gute Ergebnisse abzuliefern. Das ist aber bei hohen Brennweiten normal und bei der Konkurrenz nicht anders. Klasse haben mir dagegen wieder die Videoaufnahmen bei Nacht gefallen. Sie sind sehr rauscharm und scharf. Alles wird korrekt belichtet und natürlich wiedergegeben. Die gute Stabilisierung ist ebenfalls wieder vorhanden. Film mit dem Mate 50 Pro macht also auch bei Nacht viel Spaß. Unterm Strich kann man sagen, dass die Quad-Kamera des Huawei Mate 50 Pro definitiv zu den allerbesten auf den Markt gehört. Durch die drei unterschiedlichen Brennweiten wird ein großer Abbildungsbereich abgedeckt, der reichlich Spaß bereitet und viel Freiraum für Kreativität lässt. Dazu kommt die durch alle Linsen hinweg sehr gute Foto- und Videoqualität und die verstellbare Blende, welche kein Gimmick ist, sondern einen wirklichen Mehrwert bietet. Huaweis Entwicklungsarbeit der letzten Jahre hat sich gelohnt und das Mate 50 Pro steht nicht unverdient auf Platz 1 im DxOMark Ranking. Wenn du das Huawei Mate 50 Pro nun kaufen willst, findest du den Link dazu in der Beschreibung. Jetzt interessiert mich natürlich auch deine Meinung. Wie findest du die Kamera im Mate 50 Pro? Schreib es mir in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat und hilfreich war, gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um keine zukünftigen Huawei-Videos zu verpassen. Folg mir auch gerne auf Social Media, alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir hier links das Review zu meinem Mate 50 Pro anschauen, wenn du mehr über das Smartphone erfahren willst. Na los, klick drauf. Das ist auch sehr interessant. Das ist auch sehr interessant.